Wie zur Behandlung und Heilung Xanthogranulomatöse Osteomyolitis Xanthogranulomatöse Osteomyolitis ist eine seltene Art von entzündlichen Prozess, der durch die Zusammensetzung der Immunzellaggregation auf histologische Untersuchungen charakterisiert. Spättyp-Überempfindlichkeitsreaktion der zellvermittelten Immunität können in ihrer Pathogenese beteiligt sein. Groß- und Röntgenuntersuchung kann Malignität nachahmen, und die Differenzierung sollte durch histopathologische Bewertung bestätigt werden. Xanthogranulomatöse Entzündungsprozess, einschließlich Xanthogranulomatöse Osteomyolitis, XO, ist eine chronische histologisch durchreichliche scharmig gekennzeichnet entzündliche Erkrankung per riozaure Schiff, PAS, positiven Histiozyten in der Anfangsphase, Riesenzellen, Fibrose und Verkalkung zusammen mit neutrophilen Granulozyten, aktivierten Plasmazellen und Lymphozyten von polyklonalen Ursprungs. Es kann jedes Organ betreffen, aber die häufigsten Lokalisationen sind Niere und Galle. Andere Organe wie Lunge, Gehirn und Knochen sind selten betroffen. Knochenbeteiligung wird durch die systemische und regionale klinische Präsentationen wie Schmerzen, Fieber und Leukozytose begleitet. Spättyp-Überempfindlichkeitsreaktion der zellvermittelten Immunität können in ihrer Pathogenese beteiligt sein. Makroskopisch ist es ein massenartige Lässien zur umschließenden Gewebe erstreckt, die infiltrative Krebs nachahmen können. Es gibt eine lange Liste von Differentialdiagnosen, mit die wichtigsten sind langeranschen Zellen histiert, Zytosen diskutiert, Edheimchester-Krankheit, ECT, chronisch rezidivierende Multifokale aus Theomyelitis, KMO, und metastasierendem Nierenzylkarzinom. Klinische Hintergrund- und histopathologischen Untersuchung unterscheiden zwischen ihnen für eine exakte Diagnose. Die serologische Untersuchung ergab eine erhöhte alkalische Phosphatase, andere Serum-Biochemie einschließlich Leber- und Nierenfunktionsdests waren normal. Eine allgemeine röntgenologische Skelettumfrage entschied das Vorhandensein von ähnlichen Lässionen an anderen Standorten aus. Serum-Parad-Schätzung war im normalen Bereich und eine Ultraschalluntersuchung des Halses konnte keine Schilddrüse oder Nebenanomalie zu offenbaren. Ein klinischer Verdacht auf primären Knochentumor zu unterhalten. Die beteiligten Knochensegment wurde küratiert und spongiösen Beckenkammtransplantats angeordnet ist. Eine Brücke-Plaierung wurde durchgeführt und der Unterarm geschieht für zwei Wochen nachdem sie auf der Physiotherapie begonnen. Symptome anexante Granulomatöse Osteomyelitis Sie können einen verstauchten Knöchel, wenn Sie die folgenden Symptome in der xanthogranulomatöse Osteomyelitis bemerken. Schwellung Zärtlichkeit Quetschungen Schmerz Unfähigkeit, Gewicht auf den betroffenen Knöchel zu setzen Hautverfärbungen Steifheit Der Knöchel können viele verschiedene Arten von Verletzungen erleiden. Es ist wichtig, Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Knöchel sind zu erleben. Ihr Arzt kann feststellen, ob die Verletzungen ist eine Verstauchung oder etwas schwerer. Andere Arten von Behandlungen kann auch helfen. Einige von ihnen gehören Physiotherapie Die Zusammenarbeit mit einem Berater Entspannungstherapie Nachrichtentherapie Akupunktur Dazu gehören die folgenden Trigeminusneuralgie Schmerzen nach Gürtelrose, Postzoster-Schmerzen Diabetischen Neuropathie, eine Nervenerkrankung, die bei manchen Menschen mit Diabetes entwickelt Phantomschmerzen nach einer Amputation Multiple Sklerose Schmerzen nach einer Chemotherapie HIV-Infektion Alkoholismus Krebs Atypische Gesichtsschmerzen Xanthogranulomatöse Osteomyolitis ist eine sehr seltene Einheit. Obwohl selten, Xo garantiert mehr Gewicht, als es in der Literatur erhält. Es ist eine chronische entzündliche Erkrankung eine große Ähnlichkeit mit Knochentumoren. Ein hoher Index der Verdacht muss geübt werden Xo von Tumoren zu unterscheiden. Histopathologische Untersuchung ist obligatorisch definitiv Diagnose und richtige Behandlung zu etablieren.